Fußball-Bundesligist VfL Wolfsburg hat den französischen Abwehrspieler Jérôme Roussillon's verpflichtet Der 25-Jährige unterschrieb einen Vertrag bis zum 30. Juni 2022, teilte der Klub mit Roussillon kommt vom Ligue 1-Klub HSC Muspelier und ist in Wolfsburg vor allem für die Linksverteidigerposition vorgesehen Zur Ablösesumme wurden keine Angaben gemacht. Laut Medienberichten soll sie bei 5 Millionen Euro liegen Roussillon trainierte bereits erstmals mit seiner neuen Mannschaft. Er ist der fünfte Neuzugang der Niedersachsen vor der Bundesliga-Saison Jérôme Roussillon ist ein interessanter Spieler, weil er Erfahrung mitbringt, aber auch noch entwicklungsfähig ist, sagte VfL-Trainer Bruno Labbadia Jérôme Roussillon bestritt bislang 117 Partien in der französischen Ligue 1 und erzielte sieben Treffer Deutsche Presseagentur 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 Deutsche Presseagentur